So, da sind wir auch schon direkt wieder bei der nächsten, nicht Aufgabe, sondern bei dem nächsten Tagesgeschenk. Nämlich, erstmal Gruß geht hier raus an Raptor, der mir hier die Musik geschenkt hat, die gestern im Shop drin war. Aber gestern Abend war für mich persönlich die größte Enttäuschung, als ich dann mein nächstes Geschenk geöffnet habe, und zwar das hier. Aber ich muss sagen, desto länger man es hört, es geht. Aber ganz ehrlich, ich würde diese Musik nicht als Hintergrund nehmen. Obwohl, doch, wenn ich sie jetzt so hätte, ich glaube, man kann sich daran gewöhnen, aber sie ist halt grenzwertig. Ich habe mir jetzt schon was anderes erhofft, aber kurze Info wegen dem Skin. Oben rechts ist die Infokarte, also wenn ihr den Skin haben wollt, guckt einfach mal, wie ihr den bekommt. Ich habe ein extra Video dazu gemacht, auch da mal gerne reinschauen. Und so, ihr wollt natürlich dann wissen, wo gibt es diese Musik zu finden. Wir gehen direkt mal rein. Weil, ihr seht ja, Tag 2 haben wir jetzt. Und das Ganze ist in hier dem Geschenk. Hier in dem Geschenk war die Musik drin. Ich denke mal echt, dass jedes Paket hat ein eigenes Geschenk. Also, ich glaube, das ist nicht random, weil wenn ich so auf YouTube rumgeguckt habe, jeder hat was anderes bekommen. Und ich zeige euch halt einfach, wo habe ich das gefunden, wo habe ich das gefunden und wo habe ich das gefunden. Es sind halt immer nur kleine kurze Infovideos, aber ich denke mal, wenn ihr irgendwas davon unbedingt haben wollt, ist das natürlich für euch eine gute Info. So, dann haben wir ja klar, hier drin ist der Kleider. Den denke ich mal, werde ich als letztes aufmachen, beziehungsweise als vorletztes, weil als letztes Paket können wir, glaube ich, erst das ganz große aufmachen. Wo ich persönlich denke, da wird auf jeden Fall der Skin drin sein. Weil auf die Skins, wir sind natürlich alle heiß, aber das kommt halt später. Und vergesst nicht, eine kurze Info wieder, täglich auch die Socke hier aufzumachen für die Tagesaufgabe. Weil die Tagesaufgabe findet ihr ja ganz leicht, also einfach auf die Socke, dann müsst ihr die öffnen. Und dann geht ihr auf Herausforderungen. Und wie ihr seht, zwei haben wir schon fertig, kommt aber auch noch ein Video zu, keine Panik, werden wir auch noch hinkriegen. Und die nächsten kommen erst in sechs Stunden. Ich versuche dann im Umzugstress euch so schnell wie möglich da ein Video zuzumachen. Und dann würde ich sagen, war es das eigentlich schon wieder hier mit dem Video. Ich würde mich halt über ein Abo freuen, gerne ein Abo dalassen, Glocke aktivieren. Wenn ihr bei Custom Games mitmachen wollt, mit Preisgeld, guckt jetzt am Ende das Video einfach nochmal an. Es geht derzeit um 20 Euro. Und dann würde ich sagen, war es das erstmal hier mit dem Video. Und in dem Sinne, haut rein.